30 zu 29, die Entscheidung in den allerletzten Spielsekunden, das war am Ende eine richtig knappe Kiste gegen Russland. Und mitgefiebert hat natürlich auch Manuel Späth, den wir jetzt wieder in unserem Webtalk begrüßen. Manuel, wie hoch war denn der Puls am Ende des Spiels? Ja, wie hoch kann ich gar nicht so genau sagen, aber er war natürlich schon extrem hoch. Also er war alles dabei, was der Handball so zu bieten hat. Und mir fällt es wirklich eigentlich immer schwerer, wenn man zuschauen muss, als wenn man selber auf dem Feld steht und es vielleicht noch irgendwie ein Stück weit beeinflussen kann. Deswegen, ja, zoll ich da auch allen Zuschauern Respekt, die regelmäßig bei uns in der Halle stehen und bei solchen Spielen mitfiebern müssen. 15 Minuten vor Schluss hat die deutsche Mannschaft noch mit fünf Toren geführt. Zwei Minuten vor Schluss waren es, glaube ich, noch drei und dann wird es am Ende so knapp. Was kam da alles zusammen, dass es nochmal so eng wurde? Ja, in der Phase haben wir leider ein paar einfache Ballverluste gehabt, die da die Russen unnötig nochmal ins Spiel gebracht haben. Ich dachte eigentlich schon, dass beim 30-27 durch Weinhold war es, glaube ich, dass das Spiel entschieden ist. Leider haben wir sie dann nochmal zurück ins Spiel gebracht. Und ja, gerade beim letzten Ballverlust durch Wiede war natürlich ein bisschen unglücklich, aber es passiert. Und ja, zum Glück ist ja nochmal alles gut gegangen und wir konnten die Eintorevorsprung über die Zeit retten. Es gab neben viel Jubel dann aber auch direkt Sorge um Steffen Weinhold und Christian Dissinger. Das hat sich jetzt leider bestätigt. Für die beiden ist die EM vorbei. Die Nachzügler sind schon da, aber der Ausfall oder die beiden Ausfälle, die wiegen schon sehr schwer, oder? Ja, das kann man schon so sagen. Klar, Kapitän Steffen Weinhold und auch Dissinger, die sind enorm wichtig für das Team, haben auch super Leistung gezeigt bisher. Aber gut, es hilft jetzt nicht, da großartig zu jammern. Andere Mannschaften oder andere Länder haben auch mit Verletzten zu kämpfen. Deswegen brauchen wir uns da jetzt nicht so große Sorgen zu machen. Wir haben trotz allem noch einen breiten Kader und auch gerade die nachnominierten Häfner und Kühn haben auch in der Liga bewiesen, was sie leisten können. Und deswegen ist mir da jetzt nicht Angst und Bange ohne die zwei. Klar, es wird natürlich nochmal schwerer, dann gegen Dänemark zu bestehen. Aber trotz allem hat die Mannschaft das Potenzial, auch auszugleichen und die zwei Ausfälle zu kompensieren. Jetzt hat die Mannschaft ihr Endspiel am Mittwoch, ihr Endspiel ums Halbfinale gegen Dänemark. Das ist eine richtig, richtig große Nummer. Wie sind die zu schlagen? Ja, ich glaube, ein konkretes Mittel gibt es nicht gegen die Dänen. Dafür sind sie einfach zu stark. Aber ich denke, wir müssen in allen Mannschaftszahlen unsere Top-Leistung abrufen. Dann sind sie auf jeden Fall zu schlagen. Es wird nicht einfach, aber ich denke, wir haben das Zeug dazu. Und ja, vielleicht liegt ein kleiner Vorteil darin, dass die Dänen gestern nochmal spielen mussten. Und unsere Jungs sind hoffentlich frisch und gut erholt beim letzten Spiel. Und dann können wir Vollgas gegen die Dänen gehen und hoffentlich ins Halbfinale einziehen. Ja, die Chance ist da. Man hat es noch selbst in der Hand. Und jetzt heißt es erstmal Daumen drücken und dann wissen wir am Donnerstag mehr. Vielen Dank, Manuel. Danke, ihr auch. Das entscheidende Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft heute Abend gegen Dänemark seht ihr im Ersten. Um 18 Uhr geht es los. Viel Spaß dabei. Das entscheidende Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft.